Der Gang zum Hufschmied ist für Nele Michelsen und ihre Stute Labonita Piccola nicht immer einfach. Auch wenn der Springen und Vielseitigkeitspferd von Natur aus ruhig ist, die fremde Situation macht es häufig nervös. Dirk Fischer kennt das. Der Hufschmied aus Gandakersee bei Bremen ist seit 13 Jahren selbstständig und Experte auf seinem Gebiet. Probleme beim Schmied sind eigentlich, dass die Pferde entweder Angst vor dem Schmied haben aufgrund schlechter Erfahrungen, dass es junge Pferde sind, die den Brandgeruch nicht abkönnen, die die Arbeit, die Schürzen, die Handschuhe einfach für nicht vertrauenserweckend halten. Vor ein paar Monaten jedoch ist er auf eine Möglichkeit gestoßen, seine Vierbeiner zu beruhigen. Horslecks haben wir eigentlich mal durch Zufall eigentlich für uns entdeckt. Wir hatten festgestellt, dass die Pferde sich drauf fixieren auf diese einzelnen Leckschalen und haben das dann einfach mal bei der Arbeit ausprobiert, dass wir gesagt haben, wir halten die einfach mal hin, wenn wir an den Pferden dran sind zum Arbeiten und gucken einfach, ob das funktioniert. Und der Versuch ist geglückt. Es hat sehr gut funktioniert und seitdem empfehlen wir das den Kunden eigentlich, dass man mit diesen kleinen Probierschalen sehr gut beim Schmied eben das Pferd ein bisschen zur Ruhe bringen kann. Vor allem sind sie sehr sauber, sie sind handlich, nach Gebrauch, Deckel drauf, man kann sie in den Schrank stellen und beim nächsten Mal nach acht Wochen kann man sie wieder vorholen. Horslecks Fachberaterin Nina Dienstbier arbeitet eng mit Hufschmied Dirk Fischer zusammen. Sie sieht vor allem die gesundheitlichen Aspekte im Vordergrund. Horslecks ist eine natürliche Leckmasse für Pferde, frei von Konservierungsstoffen, frei von Bindemitteln. Keine Chemie ist enthalten, es sind organisch gebundene Spurenelemente drin, Vitamine, Mineralien, alles was das Pferd braucht. Was für ein schönes, glänzendes, gesundes Fell da ist, was das Hufwachstum fördert. Es ist drin speziell für die Hufe eine spezielle Formel, das ist mit gelatiertem Zink, Methionin und Biotin, was das Hufwachstum einfach, wie man es von den Menschen an Fingernägeln auch kennt, fördern soll. Unter den Kunden von Dirk Fischer hat sich der Trick mit den Leckschalen bereits rumgesprochen. Also das ist bei uns so, dass wir die Leckschalen meistens an Bord haben. Es hat sich aber durch Mundpropaganda in den Stallungen meistens schon rumgesprochen, dass die Leute sich das teilweise bei den Genossenschaften selber geholt haben. Bevor es Horslecks gab, haben wir Moorrüben, Äpfel, Brötchen, sowas genommen. Nachteil ist einfach, dass das eben geschnitten werden muss, dass es manchmal dann nicht reicht, weil dann die Menge zu wenig war, beziehungsweise dass die Sachen dann auch verderben und dass man es eben beim nächsten Mal nicht nochmal nutzen kann. Für Nele Michelsen und ihre elf Jahre alte Stute sind die Besuche beim Hufschmied durch den Einsatz von Horslecks deutlich einfacher geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017